Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche so innig verbunden mit dem Angenehmen wie beim Fahrrad. Sagt nicht ich, hat Adam Opel mal gesagt und ich glaube, den kennen wir ja alle, ganz große Autobauer. Aber bevor die angefangen haben mit Autos, haben die tatsächlich mal, ich habe das gerade eben nochmal gegoogelt, ich wusste das ehrlich gesagt vorher auch nicht, war Adam Opel tatsächlich Deutschlands größter Hersteller von Fahrrädern. Und der Mann hat wirklich recht, das Angenehme und das Nützliche ist wirklich absolut innig verbunden bei einem Fahrrad, weil das ist ja beides. Fahrradfahren macht enorm Spaß, ist auch gesund ganz nebenbei, das hat er noch vergessen, der gute Mann. Und natürlich vor allen Dingen ist es nützlich, weil man kommt damit bequem und angenehm von A nach B. Sei es jetzt zu Hause, sei es, wer auch ein bisschen einkaufen muss. Hallo Kathi, grüß dich. Ich werne gerade hier von Fahrrädern vor und wie toll das ist. Und jetzt kommst du noch an mit der Krönung hier, weil das ist jetzt ja auch noch ideal, weil das ist ja jetzt nicht nur ein Fahrrad, das ist ja jetzt sogar noch ein Pedelec. Was ist denn das? Ein E-Redele, das wir hier für Sie haben, liebe Zuschauer. Und das macht so viel Spaß. Also heißt es rausgehen und Fahrradfahren. Es ist genial. Also legen Sie los bei dem schönen Wetter jetzt. Das ist so ein Traum, oder? Da kann man so richtig loslegen mit dem Fahrradfahren. Und hier, das ist ein ganz besonderes Modell. Da wird Fahrradfahren wieder so richtig zur Freude. Ich sag's dir, das macht richtig Spaß, weil hier haben wir ein Fahrrad, diese sogenannten E-Redele, ein Fahrrad mit Tretunterstützung. Das bedeutet für Sie hier, natürlich ein wunderschönes Fahrrad, toll mit diesem wunderschönen Rahmen erstmal. Aber hier, da fällt schon ein bisschen auf, wir haben hier einmal einen Akku verbaut, 24 Volt, 4,4 Amperestunden Akku. Und hier im Hinteren da, da ist ein Elektromotor, ein bürstenloser Motor. Das bedeutet für Sie nahezu verschleißfrei, das Ganze. Und der unterstützt Sie in Kombination mit diesem Akku dann beim Fahren, ja. Sie müssen ganz normal treten, das ist ein ganz normales Fahrrad. Klar, Sie haben ja gerade gesehen, ich bin hier so ein bisschen hin und her gesaust. Also es ist ein ganz normales Fahrrad, auch Führerschein, versicherungsfrei, ganz herkömmliches Fahrrad. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das Ihnen richtig Spaß machen wird. Und in dem Moment, wo es mal anstrengend werden sollte, wenn man vielleicht eine kleine Steigung hat, wenn es dann vielleicht auch mal Gegenwind ist oder wenn man merkt, ich werde ein bisschen müde, die Knie tun weh oder die Strecke ist dann doch ein bisschen länger als gedacht, wenn man dann zum nächsten Supermarkt möchte was einkaufen, dann schaltet man hier oben am Lenker da einfach die Tretunterstützung zu. Einfach hier oben einmal den kleinen roten Taster drücken. Und da sehen Sie auch Ihren Akkustand immer von diesem Akku, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Einmal draufgedrückt und schon haben Sie eine Tretunterstützung. Und für all diejenigen, die jetzt noch kein E-Rädle gefahren sind, um Ihnen das einmal zu erklären, diese E-Bikes, diese E-Rädle, das ist so, Sie treten, ja, Sie haben ja gerade gesehen, ich bin ganz normal gefahren mit dem Fahrrad, Sie treten in die Pedale, aber wenn Sie diese Tretunterstützung zuschalten, in dem Moment ist es so, als ob Sie jemand hier hinten am Gepäckträger nimmt und mit anschiebt. Sie kriegen quasi einen Schwung zusätzlich. Und Sie haben plötzlich viel mehr Energie, ja, Sie treten trotzdem, aber zack, kommt da dieser Elektromotor, der schaltet sich zu und schwupp, sausen Sie viel, viel schneller. Geräuschlos natürlich. Sie kennen das von den E-Autos wahrscheinlich. Momentan ist es ja wirklich so mit diesen E-Autos, die man auch kennenlernt, das ist ja geräuschlos alles, total toll. Aber es ist halt ein ganz normales Fahrrad, Versicherungsführerschein frei. Sie haben diese zusätzliche Unterstützung durch diesen Akku. 28 Kilometer an zusätzlicher Unterstützung mit diesem Akku, wenn Sie den die gesamte Zeit nutzen, wenn Sie ihn zwischendurch auch mal ausschalten, schaffen Sie sogar wesentlich längere Strecken. 35, 40, 45 Kilometer sind dann kein Problem mehr für Sie. Das macht riesig Spaß. Ich habe das mal für Sie getestet. Schauen Sie mal, ich war oben auf der Burg und zwar hier bei uns in der Nähe in Staufen. Wir sind ja hier im Dreiländereck mit unseren Studios. Und ich war oben auf der Staufener Burg. Ja, und die kenne ich persönlich auch, liebe Zuschauer, für den Fall, dass Sie sie nicht kennen sollten. Ja, ich war da auch mal oben zu Fuß. Und zwar in dem Schnaufmodus. Das ist dieser, wenn man sagt, boah, ist das hier steil. Die ist ziemlich hoch, ja. Meine Güte, das ist serpentinmäßig da, wie das da hochgeht, richtig steil. Und die Karte, Sie sehen es ja, die ist da einfach hoch mit dem Fahrrad, ganz entspannt, ohne zu schnaufen. Das sind Pedelecs, das sind diese E-Rädles, diese E-Bikes. Ganz einfach die elektronische Unterstützung mit dem Elektromotor, absolut geräuschlos. Sie brauchen keinen Führerschein dafür, keine Versicherung, keine Anmeldung oder irgendwas. Es ist ein ganz normales Fahrrad, aber es ist so ein bisschen, ich sage immer mal so, so als ob man Luft quirlt. Ich habe das vorher ja auch nicht geglaubt, weil ich habe mich da früher auch schon viel interessiert, aber habe dann die Preise gesehen, 2000 Euro, 3000 Euro, ist ja überhaupt kein Problem. Ja, lass stecken, brauche ich nicht, geht auch ohne. Und deswegen habe ich hier bei PölTV das erste Mal die Gelegenheit gehabt, so was mal zu fahren oder zu erfahren. Und das ist genau so, wie du sagst, Kathi, man ist da drauf, man tritt so ein bisschen und wenn man da plötzlich diesen Elektromotor zuschaltet, dann ist das einfach so, als ob da wirklich jemand von hinten anschiebt und dann tritt man nur noch Luft. Da ist fast kein Widerstand mehr hinter, das ist sensationell einfach und damit ist es einfach auch, ja, es macht mehr Spaß. Wenn man eben halt sonst, ja, ich kenne das doch auch, wenn man da irgendwie so schnauft und pustet, weil es den Berg hoch geht oder du hast es auch schon gesagt, Gegenwind ist oder man müde ist oder irgendwas, dann macht es nicht mehr wirklich Spaß. Obwohl Fahrradfahren das Genialste überhaupt ist, finde ich. Und man tut was für die Gesundheit auch noch, aber hier bei diesen E-Raid-List, da wird es jetzt wirklich so was von einfach und angenehm und komfortabel. Das ist eine Sensation. Und Sie können sogar bis zu 25 kmh schnell damit werden. Also wenn Sie da ordentlich in die Pedale treten, kriegen Sie auch eine ordentliche Geschwindigkeit drauf. Also da können Sie auch mal die Kinder mit abhängen. Das macht richtig viel Spaß. Toller Stahlrahmen und so. Also ich gehe ja auch super gerne am Wochenende Fahrradfahren dann mit meinem Mann zum Beispiel. Und wir gehen hier zum Beispiel in der Gegend gerne an den Rhein. Da ist eine schöne Strecke am Rhein lang. Und ich weiß immer, wenn E-Rädle kommen, weil da sind dann immer die Herrschaften, die dann, ich habe ein normales Fahrrad, muss ich sagen, und ich bin dann immer am Treten. Und das ist dann schon natürlich nach einer gewissen Distanz ziemlich anstrengend. Und dann kommen aber immer die Herrschaften mit ihren E-Rädle. Und die sausen dann immer an einem vorbei. Und die sind total entspannt und schauen da in der Geschichte rum und genießen die Natur und unterhalten sich dabei noch. Auch gestern war ich wieder Fahrradfahren. Und da sind dann auch wieder ältere Herrschaften. Und das ist ja auch das Schöne, normalerweise hast du ja gar nicht mehr diese Freiheit, diese, das ist ja auch wirklich ein Lebensgefühl dann. Das gibt dir ja auch unglaublich Lebensqualität mit so einem Fahrrad dann, weil du wieder längere, tolle Touren mit deinem Partner machen kannst. Ganz genau. Und die sausen dann an, sind da an mir vorbeigesaust, haben sich toll unterhalten, hatten Spaß, hatten Freude einfach. Und ich habe gedacht, oh, ist das toll. Und die kamen dann wirklich an uns vorbei und ich habe mir gedacht, oh, ist das sensationell. Die haben richtig Spaß. Und du hast gemerkt, wie viel Spaß die hatten auf ihren E-Rädle. Und da habe ich gedacht, wow, da sind die E-Rädle wieder unterwegs. Und die haben so viel Freude auf diesen E-Rädle. Toll. Und Sie werden genauso viel Freude auf diesem E-Rädle haben. Das sage ich Ihnen, wenn Sie damit unterwegs sind. Vielleicht dann auch mit Ihrem Partner zusammen. Weil das ist natürlich schön, wenn man dann die Natur so erleben kann. Wenn man das dann so genießen kann. Die kommen komplett verkehrssicher zu Ihnen nach Hause. Die haben alle Lichter, alle Lampen, alle Reflektoren selbstverständlich mit dabei. Und es ist für 446,41 Euro, den Preis, den Sie jetzt eingeblendet sehen, das Komplettpaket. Das muss ich nochmal sagen. Also Sie haben da alles mit dabei. Da ist jetzt der Akku mit dabei. Dieser 24 Volt, 4,4 Amperestunden Akku. Der Ihnen vollgeladen für 28 Kilometer Unterstützung komplett reicht. Ja, also wenn Sie den zwischendurch auch mal ausschalten, schaffen Sie sogar längere Touren. Also das alleine ist eine riesen Sensation. Muss ich ganz klar sagen. Das macht dann auch richtig, richtig Spaß. Dann haben Sie hier natürlich das Ladegerät mit dabei. Also alles einmal komplett macht riesig viel Freude. Das Fahrrad komplett verkehrssicher. Wie gesagt, Führerschein, versicherungsfrei, weil es ist einfach ein ganz normales Fahrrad. Es hat halt nur diesen Elektromotor und die Unterstützung. Und das für 446,41 Euro, das ist wirklich ein Heidenspaß. Und da können Sie natürlich jetzt auch gleich zwei bestellen, wenn Sie möchten. Die Lieferung ist gekommen. Das ist innerhalb von zwei bis drei Tagen bei Ihnen zu Hause. Und dann geht es los mit dem Fahrradfahren. Weil für so einen günstigen Preis, wie Lutz das vorhin auch schon gesagt hat, für so einen günstigen Preis, solche Fahrräder zu bekommen, das macht wirklich unglaublich viel Spaß. Ja, weil normalerweise, das war vorhin kein Spruch, Sie können sich ja gerne mal umschauen. 2.000 Euro sind ja überhaupt kein Problem für so ein E-Bike, für so ein Pedelec. Kann man locker ausgeben, auch über 3.000 und mehr. So, und jetzt kommt der Kracher. Ich habe exakt unser Fahrrad hier. Sieht exakt identisch aus, auch mit dieser mattschwarzen Optik. Genau die gleiche Größe, genau der identische Akku mit denselben Leistungswerten, habe ich gesehen. Das war mal auf so einem Sonntagsmarkt morgens, stand da so ein E-Bike-Händler und der hatte genau das dabei. Und da hing, ich habe sogar ein Foto davon gemacht, hing am Preisschild tatsächlich für 1.500 Euro. 1.499 Euro für das gleiche, exakt identisch aussehende E-Bike hier. Und bei uns bekommen Sie das, deswegen betone ich das jetzt hier so sehr. Das ist halt nicht 1.300, 1.200 oder 999 oder sowas. Nee, 446,41 Euro. Das ist ein Hammerpreis. 446,41 Euro für das komplette Fahrrad. So wie es da steht. Mit dem Akku, mit dem Sattel, mit allem drum und dran. Verkehrstauglich, kommt sogar noch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Deswegen sagt Kathi hier völlig zu Recht, da kann man sich locker zwei zum Preis von einem bestellen. Eigentlich sogar drei zum Preis von einem. Hat immer noch gespart, aber zwei ist so der Standard, sehen wir ja auch an den Bestellungen. Und vor allen Dingen natürlich auch deswegen, weil Kathi, man kann ja unser Pedelec jetzt auch noch klappen. Und da passen jetzt zufälligerweise auch gerade zwei so in jedes Auto, in jedes Kfz hinten rein in den Kofferraum. Wir haben es ja ausprobiert. Natürlich. Ich zeig ganz kurz einmal den Akku, weil das ist auch noch wichtig für die Zuschauer. Wir haben ja einmal den Akku mit zwei Schlüsseln. Und zwar haben wir hier vorne einmal den Schlüssel. Da sind zwei mit dabei. Sie können den Schlüssel einmal rausnehmen. Dann ist der Akku vorne fest. Sehen Sie jetzt? Also ganz, ganz fest. Dann kann den auch keiner mopsen, wenn Sie irgendwo angehalten haben. Wenn Sie den Schlüssel reinstecken, dann einfach drehen. Dann kommt der Akku auch raus. Dann können Sie ihn rausnehmen und können Sie ihn auch jederzeit laden. Ladegerät ist für Sie im Lieferumfang mit dabei. Einfach ganz normal in der Wohnung an die Steckdose, wenn Sie möchten. Hier neben ist auch noch so ein kleiner Steckplatz für USB-Geräte zum Beispiel. Einfach einstecken, wenn Sie da Kamera oder Smartphone auf Ihrem Ausflug mit dabei haben mit Ihrem Fahrrad. Aber können Sie nutzen, müssen Sie nicht. Ist super toll. Schlüssel wieder raus. Dann kann wieder keiner den Akku wegnehmen. Also super einfach auch in der Handhabung. Nur, dass Sie das einmal gesehen haben, ist ganz, ganz praktisch. Wie gesagt, wenn Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind, es irgendwo stehen lassen, dann einfach immer den Schlüssel rausziehen, damit Ihnen auch keiner den Akku wegnehmen kann. Aber Sie haben für 446,41 Euro das Komplettpaket. Akku mit dabei. Ladegerät mit dabei. Alles komplett. Und der Lutz hat es gerade schon verraten, man kann hier das Fahrrad einmal komplett klappen. Und dann auch in den Kofferraum zum Beispiel reinpacken, wenn man das möchte. Zeige ich Ihnen noch einmal ganz schnell. Das geht sehr einfach und vor allem werkzeuglos. Wir haben hier überall diese kleinen Spanner. Damit können Sie hier zum Beispiel einmal die Höhe verstellen. Vom Lenker zum Beispiel. Das geht auch. Und natürlich auch vom Sattel. Das ist dann auch ganz wichtig für Sie. Wir wissen ja nicht, wie groß Sie sind. Das haben Sie uns ja noch nicht verraten. Aber können Sie sich dann selber einstellen. Wenn Sie das Fahrrad dann zusammenklappen wollen, auch das geht mit wenigen Handgriffen. Also hier einfach einmal lösen. Vorn dann hier im vorderen Teil. Schauen Sie, zack, einmal weggeklappt. Ganz, ganz leicht. Pedalen kann man auch einklappen, damit Sie sich im Auto oder auch im Wohnmobil nichts kaputt machen. Und dann auch hier, zack, einmal in der Mitte einfach nur hier ausklappen und zack, zusammen. Und schon ist das Fahrrad in kompakte Maße zusammengeklappt. Dann nehmen Sie das und laden das ganz einfach in Ihren Kofferraum ein oder auch ins Wohnmobil, Wohnwagen. Und da passen locker in so einen Kombi, in so einen Mittelklassewagen zwei Stücke rein. Und das kann auch jede Dame, Sie sehen das ganz problemlos selber, einfach einladen, dann wieder ausklappen. Gar kein Thema. Das ist eine Sensation, oder? Das ist eine Wucht. Vor allen Dingen, man braucht kein Werkzeug. Sie haben gesehen, das sind wenige Handgriffe. Lass es 10, 15 Sekunden sein, dann ist es zusammengeklappt und natürlich auch wieder auseinandergebaut. So, und dann kann man das eben halt wirklich einfach mal machen, dass man mal woanders Fahrrad fährt. Im Urlaub natürlich sowieso, dass man da mobil ist. Aber auch vielleicht, wenn man sagt, wir machen eigentlich Urlaub auf Balkonien, machen Sie das. Einfach mal zwei von unseren Pedelecs bestellen. Ich bin auch sicher, bei Ihnen 10, 15 Minuten fahren Sie irgendwo hin, sind in den schönsten Gegenden, weil Deutschland ist so traumhaft schön. Es ist einfach eine Wucht. Deswegen nenne ich Ihnen jetzt an dieser Stelle nochmal die Bestellnummer. Das ist die NX 9510 und die 569. NX 9510 und die 569, unser traumhaftes Pedelec. Jetzt steht ja aber die ganze Zeit hier vor uns noch so was Ominöses. Kathi, was hast du uns denn hier mitgebracht? Was ist das denn jetzt, bitteschön? Ich habe gedacht, wenn Sie so ein tolles Pedelec zum Beispiel haben, vielleicht haben Sie ja auch ein anderes Fahrrad, dann muss man das natürlich auch so ein bisschen schützen. Und da habe ich extra so eine kleine Zweiradgarage mitgebracht. Weil mich stört es zum Beispiel immer sehr, wenn das Fahrrad dann schmutzig ist zum Beispiel. Na klar. Wenn es dann natürlich auch durch die Sonneneinstrahlung, das kann natürlich dann auch schnell mal verblassen, gerade der Sattel oder sowas. Und wenn ich mir jetzt so was Tolles kaufe, dann möchte ich es auch gut erhalten. Das geht Ihnen bestimmt auch so. Man will nicht andauernd das Fahrrad putzen. Man möchte es nicht irgendwie, dass es dann verblasst oder irgendwie beschädigt wird oder so. Auch wenn man es jetzt zum Beispiel im Fahrradkeller stehen hat. Das geht ganz schnell, dass dann mal jedermann anders mit dem Fahrrad drankommt, dass es dann irgendwie verkratzt oder dreckig wird oder sowas. Und deshalb machen Sie einfach so eine tolle Garage hier drüber. Die ist in zusammengeklappten Maßen so klein und kompakt. Kann man auch sehr schön mitnehmen zum Beispiel dann einfach in den Rucksack, selbst wenn man irgendwo unterwegs ist. Also ganz klein und kompakt. Und wenn man die dann ausbreitet, dann wird die halt so groß und man kann die ganz normal über jedes herkömmliche Fahrrad drüberziehen. Sie sehen, da drunter verbirgt sich jetzt eins unserer Fahrräder. Unten möchte ich Ihnen auch nochmal zeigen, hat die hier so einen Kordelzug. Also Sie können das dann so zusammenziehen im unteren Bereich, wie Sie es brauchen. Man kann das natürlich auch so ein bisschen größer machen, wenn man das möchte. Und sie hat unten auch noch so einen Klipsverschluss, sodass man das, ich zeige Ihnen das mal hier, da kann man es glaube ich jetzt gut sehen. Sie hat unten auch nochmal so einen Klipsverschluss, sodass man es unten auch nochmal festklipsen kann, wenn man das möchte. Also Kordelzug, dann hier diesen Klips mit dabei. Und diese Plane ist natürlich jetzt einmal eine schöne Sache, wenn man das Fahrrad draußen hat, gegen Regen, gegen UV, also Sonneneinstrahlung bestens geeignet. Aber dann auch gegen Schmutz, im Winter natürlich auch gegen Schnee, ganz, ganz toll, wenn man das Fahrrad draußen stehen hat. Aber ich finde sie halt auch schön, selbst wenn man das Fahrrad im Fahrradkeller stehen hat. Ich kenne es selber, die Fahrräder im Fahrradkeller verstauben, da kommen andere mit den Fahrrädern mal dran. Es ist nicht so toll dann. Und da ist es toll, wenn man einfach über die Fahrräder dann so eine kleine Garage hier drüber macht. Und da freut man sich, gerade wenn man sein Fahrrad dann auch mal neu gekauft hat oder frisch geputzt hat gerade. Wir sind ja alle da so ein bisschen penibel mit unseren Sachen. Da macht man das dann drüber, spannt das schön zu. Und dann beim nächsten Mal, wenn man dann eine Tour mit seinem Fahrrad macht, dann kann man es wunderbar wieder hochnehmen. Das geht ja dann auch einfach, zack, nimmt man es wieder hoch. Und dann kann man hier sein Fahrrad direkt zack wieder auspacken. Und dann weiß man, ah es ist sauber, es ist schön, es ist alles in Ordnung. Und wenn man dann das Fahrrad benutzt hat und es wieder einpacken möchte, zieht man die ja einfach einmal dann oben drüber. Das geht ja auch ganz einfach. Und dann hat man es wieder schön eingepackt. Schauen Sie, das passt perfekt, weil man hier im oberen Bereich auch diese Aussparung hat. Und dann kann man unten den Kordelzug wieder zumachen und es unten wieder anklipsen, wenn man möchte. Und zack, es ist wieder perfekt geschützt. Also für den kleinen Preis, finde ich, sollte sich jeder mit dazu bestellen, weil es erspart einem viel Putzerei. Ja, ganz genau. Viel Ärger dann auch, auch wenn der Sattel mal nass wird oder sowas draußen oder dann verbleicht oder so. Deshalb hier bestellen für den kleinen Preis eine super Sache. Ja, kleiner Preis in der Tat 6,56 Euro. Allerdings nur jetzt die nächsten zwei Stunden, weil das ist unser Pearl TV Sonderpreis. Also jetzt bitte unbedingt in den nächsten zwei Stunden anrufen und Bestellnummer. Hier lautet NX3028 und die 569. NX3028 und dann auch die 569. Ist wasserabweisend, witterungsbeständig, UV-beständig und auch kältebeständig. Also einfach ideal. Und das natürlich jetzt nicht nur für unsere Pedelecs hier, sondern selbstverständlich für alle Arten von Zweirädern, auch Rollern und was nicht alles. Sie haben es ja gesehen von den Maßen her, da passt auch schon ordentlich was drunter. Jetzt kommen wir noch einmal kurz zurück zu unserem Star dieser Sendung, zu unserem Pedelec. Weil das ist natürlich der Kracher hier, gerade auch mit einem Preis von 446,41 Euro. Für ein vollständiges Pedelec mit allem drum und dran, mit Akku, mit Sattel, mit allem. Und das Ganze für 446,41 Euro. Ein Megapreis. Nutzen Sie da jetzt bitte wirklich unseren Pearl TV Sonderpreis. Es ist einfach eine Wucht. Und natürlich auch gerade bei diesem Wetter einfach ideal. Da bestellen Sie zwei oder eigentlich sogar drei zum Preis von einem und sparen immer noch. Mit unserer NX 9510 und der 569. Greifen Sie dazu. Also hier alles komplett für Sie, für einen Wahnsinnspreis. Und es macht so viel Spaß. Einfach hier, wenn man die Unterstützung braucht, zack, zuschalten. Und schon sausen Sie ohne Probleme, ohne irgendwelche Anstrengungen dahin. Sie haben den tollen 24 Volt, 4,4 Ampere Stunden Akku dabei. Ladegerät ist mit dabei. Und das Fahrradfahren macht wieder so viel Freude. Und Sie können das Rad ja, wenn Sie es dann möchten, ohne Probleme innerhalb von Sekunden hier zusammenklappen. Könnt das auch mitnehmen dann in Ihren Kofferraum, wenn Sie möchten. Bestellen Sie gleich zwei für sich und Ihren Partner. Und dann geht es los und Sie machen wieder tolle, tolle Fahrradtouren. Auch zu Hause, dann in der näheren Umgebung oder im Urlaub. Ja, gerade bei diesem Wetter absolut ein Traum. Und vor allen Dingen jetzt endlich wieder lieferbar. War natürlich, ich glaube, das ist jetzt auch kein Wunder, bei diesem Megapreis lange Zeit vergriffen. Also seien Sie jetzt schnell, bevor es wieder weg ist. Also deswegen jetzt anrufen, am besten gleich zwei bestellen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß.